Es waren einmal drei Drachen. Sie hießen Ender Dragoon, Ragdoll und Skyborg. Alle drei sind Horror-Drachen und kämpften um die Goldene Königsbase. Ender Dragoon lebt in einer Obsidian-Hühle. Ragdolls Unterkunft ist die Vulkan-Hühle und Skyborg lebt in der Metall-Hühle. Um besser zu kämpfen und Sixpacks zu bekommen, gingen Ender Dragoon zur Blitzbase. Doch was war das? Alle Drachen hatten dieselbe Idee. Was wollt ihr hier? Ich will hier trainieren für den Kampf um den Königsbunker. Ey, ich will hier trainieren. Ihr könnt mal schön woanders hingehen, ihr kleinen Loser. Du nennst uns Loser? Es kommt wie es kommen muss. Die drei Drachen konnten sich nicht einigen und begannen den Kampf um den Königsbunker. Könnt ihr Faust mustamieren? Bäm! Alle Drachen lagen K.o. auf dem Boden und somit konnte keiner in den Königsbunker einziehen. Untertitelung des ZDF, 2020